Warum diese Kopflampe die ideale Lampe für Blackout Vorbereitung oder grundsätzlich Krisenvorbereitung ist? Ja, wenn du das wissen willst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen. Da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Lampe ist meiner Meinung nach das Beste, was du für Blackout Vorbereitung haben kannst. Warum? Und zwar, weißt du, die werden betrieben, diese Lampe wird betrieben mit drei AAA-Batterien. Aber ich habe einen Zaubertrick für dich. Und zwar, schau, da ist keine drinnen. Und ich kann trotzdem leuchten. Wie geht das? Habe ich freie Energie erfunden und entdeckt? Nein, überhaupt nicht. Das ist die Nightcore NO35 Dual Power. Das heißt, du kannst die einerseits mit AAA-Batterien betreiben, aber es ist auch ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Das heißt, du hast aus beiden Welten das Beste zusammengebracht. Wenn du jetzt die Frage stellst, naja, wie meint der Rainer das? Ganz, ganz kurz. Wenn ich Ausrüstung vorstelle, mit der Batterien betrieben ist und sage, das ist vernünftig, mit Vorbereitung und so weiter, dann gibt es eine Fraktion, die das kritisiert und sagt, nur Lithium-Ionen-Akku ist das Wahre. Dann kannst du mit deiner Powerpank anladen, du kannst das mit einer Solarstation aufladen. Das ist viel gescheiter als Batterien. Batterien, da gibt es keinen Nachschub. Das ist nicht nachhaltig. Stelle ich etwas vor mit Lithium-Ionen-Akku, dann kommt die andere Fraktion, die Batterien-Fraktion, und sagt, in der Endzeit. Echter Kommentar, wirklich, nicht erfunden. In der Endzeit ist Lithium-Ionen-Akku überhaupt nichts, da zählt nur Batterien. Ja, mit dem Teil hast du nämlich beides in einem. Du kannst das Batterien betreiben und mit Lithium-Ionen-Akku. Es gibt hier den Anschluss mit einer USB-C, alles ist super. So, das ist einmal der eine Vorteil, die Dual Power. Übrigens, billige Eigenwerbung, ganz klar, billige Eigenwerbung. Ihr gebt da den Link in meinem Shop, dort gibt es das. Ja, weil ich von dem Ding, ich habe es jetzt zwei Monate getestet und bin hundertprozentig davon überzeugt. Aber, noch etwas. Und zwar, du hast jetzt weißes Licht. Gut, da kann man sagen, ja, das beeindruckt mich nicht. Aber es gibt auch rotes Licht mit dazu. Und in mehreren Helligkeitsstufen, also zwei Helligkeitsstufen, dann gibt es noch, wenn man öfter drückt, dann auch noch dieses Blinklicht. Aber das ist jetzt egal. Der Punkt dabei ist, warum Rotlicht? Erstens, stell dir jetzt Stromausfall vor und alles ist halbwegs dunkel und du musst etwas arbeiten, du musst den Bereich ausleuchten. Aber nur kurz. Dann schaltest Rotlicht ein, machst, was du machen musst, schaltest wieder aus. Okay, schaltest wieder aus. Und deine Nachtsichtfähigkeit ist dadurch nicht beeinträchtigt oder nicht nennenswert. Wenn du das mit dem weißen Licht machst und kurz leuchtest, was machst, dann brauchst du mal eine halbe Stunde, bis du wieder im Lot bist. Zwei Minuten siehst du mal gar nichts und es wird dann nach und nach besser und nach 30 Minuten ungefähr bist du wieder dort, dass du die Nachtsichtfähigkeit komplett hast. So, und das ist ein Vorteil. Und der zweite Vorteil beim Rotlicht ist, wenn ich jetzt Weißlicht einschalte, alles ist dunkel und ich schalte mein Weißlicht ein, also das leuchtet wie ein Christbaum, wie man in Österreich sagt. Rotlicht, das ist Tarnlicht. Natürlich sieht man das von außen aus, das ist schon klar, aber es leuchtet nicht so intensiv wie weißes Licht und das kann vielleicht auch ein Vorteil sein. Deswegen halte ich diese Lampe für genial. Aber da ist noch was. Ich bin ein Verfechter von Kopflampen, einfach aus dem Grund, weil du beide Arme frei hast für Arbeiten, also wenn es jetzt in Stromausfallbereich geht. Da ist jetzt nichts mit Selbstverteidigung oder sonst irgendetwas gedacht, ach, da gibt es dann andere Lampen. Und natürlich hat eine Taschenlampe auch ihren Vorteil, die kann ich als EDC besser mitnehmen als dieses Teil hier. Das ist ganz klar. Ich muss auch einen kleinen Vergleich ziehen und zwar, wenn ich jetzt andere Lampen hernehme, dann fällt dir eines gleich auf. Und zwar das Ding ist natürlich dicker, weil du hast hier vorne den Lithium-Ionen-Akku und hinten das Batteriefach. Das trägt einfach mehr auf. Es ist auch mehr Gewicht logischerweise. Wenn ich jetzt vergleiche, das gibt es auch bei mir im Shop, billige Eingriffung, das ist alles hier. Das ist die Nu10, die hat auch weiß und rot Licht. Die geht aber nur mit Lithium-Ionen-Akku. Und bei der ist halt so, die ist halt, ja, auch stark und alles, kann alles, super wunderbar. Aber die ist halt deutlich dünner, das siehst du schon. Und auch deutlich leichter. Und das musst du halt bewusst sein. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Und bei einer Kopflampe ist halt alles, was ein bisschen größer ist. Aber es geht. Es geht bei dir auch mit Batterie. Wenn du Batterien eingelegt hast, man kann beide gleichzeitig eingelegt haben, das zeige ich dir noch. Es braucht keinen Querstrebe sozusagen oder weiteres Kord, um das festzuhalten. Also das sitzt trotz alledem wunderbar. Du kannst das verstellen natürlich, ja, im Winkel verstellen. Das ist einmal das eine. Dann hat sich Nightcore hier noch etwas überlegt. Standardmäßig, also damit man die auch in einer Tasche tragen kann, also das kann ich nicht einschalten. Da ist so ein kleiner Schutz davor. Wenn ich die Lampe nach vor klappe oder den Schutz nach hinten, dann werden diese Schalter freigegeben. Rot- und Weißlicht. Gut, jetzt ist es aber manchmal so, dass man sagt, okay, ich will da nicht herumklacken. Ich möchte einfach einschalten. Dann drücke ich hier lang genug und stark genug drauf und dann lässt sich die Lampe auch einschalten. Aber wenn ich die in der Tasche jetzt herumtrage, dann passiert es ja manchmal, dass ich die einschalten. Andere Lampen, bei der kann das nicht passieren oder fast nicht passieren. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut gemacht. Bevor ich jetzt rausgehe in die Dunkelheit und dir die 460 Lumen Maximum zeige und die unterschiedlichsten Einstellungen, eine Sache noch ganz kurz. Die Frage ist immer die, wenn ich jetzt gleichzeitig Batterien einlege, stell dir jetzt vor, ich lege hier Batterien ein und ich habe den Akku, den Lithium-Ionen-Akku. Und beides komplett aufgeladen. Was glaubst du, welche Energiequelle wird zuerst angezapft? Die Antwort ist, es wird die Batterie zuerst angezapft. Und als ich mir das am Anfang so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, blöd irgendwie. Ich möchte ja eigentlich die Batterie im Backup. Ich möchte mit dem Lithium-Ionen-Akku ganz normal arbeiten und möchte dann, wenn es hart auf hart geht sozusagen und mein Lithium-Ionen-Akku aus ist und ich ihn nicht wieder aufladen kann, trotz aller dem Energie haben, oder? Und dazu gibt es aber, obwohl, aber das geht halt so nicht, ja? Aber dazu gibt es einen Trick. Also wenn ich die Batterien eingelegt haben will für den Backup-Fall, dann empfehle ich dir so ein kleines, das ist von einem Heft, von meinem Sohn, dem Älteren, dem Patrick, ein Heftumschlag, der kaputt geworden ist. Und da habe ich diesen kleinen Teil hier ausgeschnitten. Mehr ist es nicht. Und das legst du dir hier in dieses Fach rein und unterbrichst sozusagen den Kontakt. Du unterbrichst den Kontakt. Kannst du mit allen machen, kannst du auf allen Seiten einlegen, wenn du das magst, ja? Wenn dir das gefällt. Ich meine, musst du natürlich nicht, aber ist grundsätzlich möglich. Und ich glaube, du verstehst, was ich meine. Denn wenn ich den Kontakt hier abdrücke, ja? Ja, dann kann auch diese Energiequelle nicht wirken, ja? Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schneidest du dir sogar 6 aus, weil das ja notwendig ist und gibst an jeder Stelle so ein Plastikteil her, eines reicht, ja? Eines reicht. Beziehungsweise gibst halt 3 her und gibst überall eins rein. Dann bist du auch auf der sicheren Seite, wenn dir das wichtig ist. So, und damit habe ich es abgeklemmt und kann das jetzt mit mir führen. Natürlich ist es jetzt deutlich schwerer, weil ich diese 3 Batterien eingelegt habe. Also das ist eine Möglichkeit. Oder wenn es dir ohnehin um den Blackout-Fall geht und du sagst, okay, das ist mir eigentlich eh alles egal. Ich mache es so, meine Batterien habe ich in meinem Krisenvorrat, ja? Irgendwo. Und mit dem arbeite ich jetzt ganz klassisch. Und wenn sich das mit dem Lithium-Ionen-Akku nicht mehr ausgeht, dann gehe ich in meinen Krisenvorrat und hole meine AAA-Batterien und lege ein und die Sache ist erledigt. Eigentlich ganz cool. Alle technischen Daten, ja, findest du unterhalb von dem Video, gibt es einen Link in meinem Shop oder hier oben beim i. Schau dir das an oder geh auf Amazon, und gehe wieder auch unten den Link auf Amazon direkt zu dieser Lampe hier. So, da ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 590 mAh. Das heißt, das ist durchaus auch ausreichend. Ist jetzt nicht mega, ist aber auch nicht mini, ist medium, ist alles gut. Und es gibt drei Modis im, äh, vier Modis, Entschuldige, vier Modis im Weißlicht. Also einmal kurz drücken ist so ein Mini-Modus, so ein ganz leichter. Ich gehe dann raus und zeige dir das dann. Zweimal drücken ist schon stärker. Ah, jetzt war ich zu schnell. Zweimal, dreimal ist dann ein starker Modus. Und wenn ich länger jetzt drauf drücke, dann kommt eben die 460, ja, Lumen. Es gibt dann noch einen Strobe, das zeige ich da draußen. Und noch einen, diesen Notfall-Modus. Und beim Rotlicht ist es auch so, einmal kurz drücken ist so ein ganz leichtes. Das wirst du draußen wahrscheinlich gar nicht sehen. Dann zweimal drücken ist schon stärker. Da tut sich auch wirklich was. Also das ist auch fürs Wegausleichten eine Idee. Und wenn du gerne auf Blinken stehst, weil du zum Beispiel dein Jogger bist, fürs Joggen einsetzen willst, was mir auch nicht schaden wird, dann hast du hier eben das Rücklicht sozusagen eingestellt. Die USB-C, das habe ich glaube ich eh schon gesagt, das dazugehörige Ladekabel ist dabei. Und was ich da auch ganz cool finde, also wenn du das ansteckst, wenn du hier ansteckst, hast du hier innen drinnen gleich die Beleuchtung. Rot zeigt dir an, es lädt noch ein bisschen. Und dann, wenn es fertig ist, kommt das grüne Licht ganz cool zu sehen. Also insgesamt finde ich die Lampe wirklich sehr nett gemacht. Und ein letztes noch und dann gehen wir raus, versprochen. Hier am Band ist so ein bisschen, ja, so eine Klettfläche. Klettfläche, so ein zusätzlicher Halt einfach. Das ist jetzt nicht klebrig, also nicht so wie diese Glatschhände. Meine Söhne spielen mit den Glatschhänden und schmeißen alles. Das ist richtig so klebrig, das ist hier nicht der Fall. Aber es ist einfach noch einmal ein Halt, damit diese Lampe auch gut sitzt. Wobei, wie gesagt, auch wenn du die Batterien eingebaut hast, also so schwer wird das nicht. Aber sei es drum. Und jetzt gehen wir endlich raus und schauen, was ich kann. Gut, dann fangen wir an. Ja, einmal drücken ist der Mini-Modus. Der ist für den Nahbereich in Ordnung. Also ich sehe da jetzt gerade noch was, aber das fängt die Kamera gar nicht ein. Dann schalten wir auf zweimal. Da tut sich schon mehr. Okay, da siehst du schon den Schnee. Vielleicht auch die Spuren von meinen Kindern und vom Hund. So, dann dreimal. Das lässt sich schon sehen. Da ist wirklich Power dahinter. Und jetzt noch einmal auf Maximum. Zwei, drei und. Und da, ja. Es ist natürlich jetzt kein Suchstrahl, aber es ist absolut ausreichend, um den Nahbereich wirklich so richtig fett auszuleuchten. Das gefällt mir sehr gut. Und gut, jetzt wollen wir uns noch das Rotlicht ansehen. Ja, auch der Nahbereich, das wirklich für das ganz Nahe, das geht super. Und wenn ich jetzt eben zweimal drücke, dann kann ich auch, und das siehst du jetzt auch ganz schön, hier noch einmal, ja, auch den Nahbereich mit Rotlicht gut ausleuchten. Ich verzichte auf Strobe und ich verzichte auch auf diesen Notfall-Burst oder wie das Ganze heißt, weiß ich jetzt nicht, auf das verzichte ich jetzt mal fürs Erste. Das ist, glaube ich, nicht so relevant. Es geht ja darum zu sehen, ja, was das an Leistung bringt. Also ich finde das Ding wirklich genial und kann es dir hundertprozentig empfehlen. Ich werde es in den Langzeit-Test nehmen, aber ich kenne Nightcore und das ist alles Qualität und du kannst meiner Meinung nach dabei nichts falsch machen. Ideales Style für die Blackout-Vorbereitung oder Krisenvorbereitung grundsätzlich, weil egal, weil ich immer wieder frage, welche Krise und bla und bi und bum. Das, was das Kernelement von all dem ist, was wir hier in unserer Zivilisation haben, das ist der elektrische Strom. Und wenn der weg ist, dann haben wir ein riesiges Problem, ein massives Problem. Das heißt, das ist das Kernstück. Und wenn du dir auf etwas vorbereiten willst, das sage ich immer wieder, dann genau auf den Stromausfall, denn dann hast du alle anderen oder alle oder viele andere Dinge, so muss man es richtig sagen, auch im Griff. So, das war es jetzt. Nu 35 Dual Power. Daumen nach oben teil. Ich gebe dir den Link zu mir in den Shop oder auch den Link auf Amazon, wenn du es dort lieber kaufst. Schreib mir einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, wenn du es wieder machst. Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop, ein paar andere Videos. Und don't be scared, be prepared. Sorge dich nicht, sondern sei vorbereitet. Das ist der einzige Weg. Dein Rainer Ross von Bisbald und ciao, ciao.